Mit Vita Activa bezeichnet man das aus dem Mönchtum erwachsene christliche Ideal eines Lebens in tätiger Nächstenliebe, eines Lebens für andere. Dies erfordert, dass man die eigenen Bedürfnisse zurückstellt und sich dem anderen zuwendet. Zu den Aufgaben der Vita Activa kann auch die Predigt des Evangeliums zählen. Dieses Ideal der Vita Activa üben noch heutzutage die Mitglieder der tätigen Orden, die Diakonissen, die Mitarbeiter der Diakonie und der Caritas aus. Die Philosophin Hannah Arendt hat 1958 eines ihrer bekanntesten Bücher unter dem Titel Vita Activa oder vom tätigen Leben veröffentlicht. Darin analysiert sie die drei menschlichen Grundtätigkeiten Arbeiten, Herstellen und Handeln, wobei sie bei den Griechen und dem Beginn der abendländischen Metaphysik ansetzt. Dies sei notwendig, um zu verstehen, was wir eigentlich tun, wenn wir tätig werden. Sie unterscheidet das Arbeiten vom Herstellen dadurch, dass das Herstellen ein dauerhaftes Produkt hinterlässt, wogegen die Ergebnisse der Arbeit sofort wieder verbraucht werden. Handeln dagegen bildet mit der Sprache eine Einheit und ist nur im sozialen Kontext möglich. Untertitelung des ZDF